Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir, dem Portezo, zu Valhalla Hills. Wir starten einen neuen Insel, bei uns wird die Insel begrüßt mit einem kleinen Grafikbad. Fuck. Oh, ich... Okay, doch, die ist kurz erst gedacht. Da sind Bären, großartig. Hier sind Berghänge, wo wir wahrscheinlich dann gehen. Durch das Öffnen eines kleinen Portals gelangen wir in den kleinen Portal. Was der Unterschied hat zwischen dem Portal und dem kleinen Portal? Steine. Großartig. Spilettkrieger. Hier. Also, halten wir fest. Hier sind wir. Hier sind die Skelette. Dann, zwischendrin sind die Bären. Wölfe. Und hier ist nochmal Frieden. Alles. Oh, gosh. Die Wölfe sind ja auch gleich nebenan. Hm. Das heißt... Wir sollten erstmal die kleinen Holzfäller bauen. Und zwar... Er ist die einzige gerade Stelle, aber hier würde er kein Holz finden. Wir bauen den Holzfäller am Anfang erstmal hier. Erstmal ein bisschen abseits von den Wölfen. Ich hoffe, das Röhrer hier. Und... Den Steinbruch. Und so nah an den Wölfen. Ich wollte erstmal vorsichtshalber hier unten. So, ich will erstmal nur, dass die beiden Gebäuden gebaut haben. Denn... Ach ja, und natürlich... Werkzeugmacher. Hier hin. So. Denn das erste, was wir machen, sind Holstecks. Um die Wölfe ja kaputt zu bauen. Ähm... Und danach... So. Gucken wir uns ja mal kurz, wenn wir da bauen. Gucken wir an. Ach, das heißt quasi dann... Okay. Ah, okay. Natürlich, jetzt verstehe ich auch mal die Logik dahinter. Heißt, der gelbe Kurier kümmert sich nur um die gelben Fähnchen und läuft da herum. Der... Orangen? Hat dann... Nur bei den Orangen in der Lieder. Dann dann... Der blaue Türke. Also, nur bei den Jockeys natürlich. Ähm... Ja, hier ist noch... Ist da... Der Geologe? Ja, kann man Bodenschätze finden. Also, hier oben gibt's bestimmt dann Bodenschätze. Vielleicht sogar hier. Da müssen wir mal gucken. Hier ist der Köhler, die Miete. Hier... Schauen. Hier hin. Alles ist ein Schmelzhund. Heißt, wir müssen erstmal hier hochkommen. Bestritt sind noch ein paar Bären... Wölfe... Spacken... Da dürfen wir nicht zu nahe kommen, wir müssen aufpassen. Äh... Hier treiben auch noch Eisriesen rum. Das... Das sind ja noch mehr... Die Eisriesen. Oben sind auch noch mehr Wölfe. Wölfe, Wölfe, Wölfe... Überwölfe... damit der Holzfäller ordentlich Holz sacken kann. Zwei Holz fehlen. Pack erstmal Holz mit der bloße Haus. Kann ja einige Jahre dauern. Mach mal ein bisschen nach. Und die Bitte sind zu knüpfen. Ja, schlafen wir ein. Wir haben hier ein Haus. Das sollte jetzt auch fertig sein. Und das erste, was du machst, ist eine Axt. Und ein Hammer. Weil der uns eigentlich erstmal egal sein kann. Ähm. Und. 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 Versteigen. Aber das ist gut, dass wir den Hirn gestellt haben für den Anfang zu. Er kann ja hier erstmal die Wälder wegmachen. Die erste Zeit. Jetzt macht er den Hammer. Und wir machen dann. Eins. Zwei. Drei. Fünf Äxte. Und. 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 Unzeln. Und. 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 der kann ja dann. erst mal. Und. hier unten. Haben alle eine Axt. vor. noch nicht. nicht. Und. aber die Axt sollte ja jetzt gemacht werden. Zeit was. Ich glaube erstmal abgerissen. Gehen weiter vor und bauen den. Ja. Ich. Ersetzt. Halt. Gehen mit der Sch. Gehen mit der Sch. Er greift noch nicht. Über an. Okay. Aber. Wir wollen die Wölfer nicht treffen. Gehen wir das Gebäude nochmal um. Ah. Gehen. Und. Wir greifen jetzt erstmal die Wölfer an. Und. Roten. Die Population of Design sein. So. Damit kriegen wir Fleisch und Leder. Wenn wir hier dann so ein bisschen wohnen und so. Dann. Die. 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 Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter, herunter und hauen den. So, da versuchen wir so gut wie möglich zu landen. Hier oben der Holzbaut. Steine, wir gucken mal kurz auf den Steinmetz hier oben hinbauen, so dass er alle Steine abdeckt. So, aber direkt. Äh, warte, wir... Stopp. Okay. Geht leider nicht. Äh, bauen direkt Steinbruch hin. Warte, Steinbruch, ja. Ähm, und bauen eine Wohnhütte. Gehen. 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 Gehen dann ab. Gehen dir auf. So, ganz schön. Sehr auffassbar. Ihr habt aber nicht mehr volles Leben wie ich. So, dann hat man den Wolf hier auch erledigt. Snorra, Hauptsache Snorra hat full life. Irgendwo einen Fall. Ja, gern. Ja, bewältigen erst bei diesem. Ja, gut. Weil in Bern brauchen wir uns den ersten Fall noch. Wir haben erst mal zwei. Was wird zu unserem Vorzell nutzen? Den Fall kannst du nicht nach Axt machen. Einen. Auch hier hin. Ich bin fast schon wieder voll. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch einen dazu holen. Können wir nicht. Wir brauchen einen. Können wir nicht bauen. Wir haben ziemlich viel Stein. Deswegen ausschalten. Ausschalten. Wir brauchen eine Segebühle. Ich würde sagen, nahrungstourismus bauen wir dann hier oben auf. Und bauen hier dann das alles voller Seegel. ... in den Wald... ... ein... ... ein Wohnzeltversamm... ... greif doch den da an... ... die haben jetzt sich Snorri getötet... eigentlich sind wir ja waren wir voll im vorteil bitte lassen mohra schockt 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 das war jetzt so toll Äh... Weitre... Ja, ne... Ach... Ähm... Wann hier auch? Nein. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht. Äh... Das tut... Boah, was... Warum? Ja, schade, ne? Ähm... Das fährt man nicht. Mit einer Axt. Mach mal gleich zwei Äxte. Zwei Äxte. Bei dem fährt man auch eine Axt. Äh... Äh... Eine... ... Eingesch.... ...wegermühle hier oben hin. gegen wenn ich hier da hin so 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 Oh, nichts. 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 Oh, nic. Oh, nichts. hier kann man nichts mit dem Wald hinbauen aber hier oben kann man das sehr gut anziehen gern weg mit der Waffen machen jetzt ist hier Platz hier haben wir hier rund überall wo es die Landfischer hinbauen ich finde man hätte das hier noch ein bisschen mehr aufteilen können also was macht Nahrung und was macht also so Baumaterial und anscheinend ja man Holzfühl füll mal das Fleisch ein Lotta sammelt das Fleisch und die Kochen ein kann man das dann eigentlich aufwerten ich weiß das wird früher oder später ersetzt wo es so dann 1 hinkommt zusammen mit einem Kurier ähm wer dann nach hier liefert dann noch ein weiterer nach da dann hier unten jeweils noch einen 1 da mal 5 ne wir brauchen ja bloß hier ein M1 2 3 ja sollte hin aber das könnte relativ anstrengend werden und ziemlich lange gedauert und wie ich sehe ist diese Folge dann auch schon vorbei ich sag dann tschüss Sokowski bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss